Im Paradiso, redonante angeli, Jerusalem, quidificata estu civita. Der junge Weltpfaffe, ich kann ihn nicht mehr ansehen. Ich hasse Narziss. Und ich Goldwunsch. Im Paradiso. Hey Narziss, hast du einen besten Freund? An unsere Liebe muss Gott gehören. Wir drei können ja zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott. Du siehst ja nicht aus wie ein Mönch. Wie ein richtiger Mann. Goldwunsch ist wie ein Vogel im Käfig. Er muss hinaus in die Welt. Du weißt auch, dass er hier nicht glücklich werden wird. Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht hierher! Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher! Meister Niklaus, ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen. Ich muss von euch lernen. Armut, Gehorsam, Keuschheit. Ein Leben lang? Es ist meine Bestimmung. Er soll mich auch küssen. Nein! Er soll mich auch küssen. Nein! Goldmund. Was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt. Ich habe viel Gutes und viel Schlechtes erlebt. Aber auch große Schönheit. Ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt. Narziss, dies hier ist deine Bestimmung. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich. Dass es keine Antworten gibt. Nur große Fragen. Es ist nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen. Damals hast du mich fortgeschickt, weil ich dich mehr liebte als mich selbst. Was ist ein Wettermotor. 수 Untertitelung des ZDF, 2020